Wir haben eine Innenkabine 9066. Da sehen wir, das kann man als Vierbettkabine nehmen, hier mit zwei glattbaren Betten. Hier haben wir zwei Becken zusammenliegen und oben und unten kann man dann schön liegen, entweder für Kinder oder Vierbettkabine. Die Nespresso-Maschine ist immer miteinander dabei und die Toiletten sind auch alle gleich. Hier sehen wir dann eine begehbare Dusche, super schön.